Die Leute, die sich weiterentwickeln wollen und weiterkommen wollen, glaube ich, sind bei der Frequentes wichtig, weil wir immer Leute suchen, die engagiert sind und die auch weiterkommen wollen. Bei der Frequentes gibt es auf der technischen Seite die Expertenrolle, die habe ich auch vor neun Jahren begonnen als Systemingenieur. Im Prinzip haben wir einen Karriereleiter, wo man am Anfang eingestuft wird und somit kann man sich dann auch hocharbeiten. Aber man ist natürlich auch flexibel und kann jetzt in eine andere Abteilung wechseln oder generell vielleicht auch ins Projektmanagement wechseln. Ich denke, das Entwicklung ist in Frequentes sehr beeindruckt.